Musik Ich freue mich sehr, dass wir jetzt unseren Umbau in der Niederlassung Steffisburger von Augreich abschliessen können. Wir haben mit diesem Projekt die Erneuerung des gesamten Niederlassungsnetzes in den letzten Jahren abschliessen. Musik 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 Wir spielen hier zur Eröffnung der AEK Filiale in Steffisburg und wir sind die Clifffangers, das ist eine Showgruppe aus Thun. Musik 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 Mein Highlight ist, wenn ich hier arbeiten durfte, das ist ja nett, dann würde ich auch diesen Platz nehmen, damit ich hier das Mühle nachdrehen sollte, wenn es da mal wieder das Wasser gibt. Bis 1978 wurde die Mühle hier betrieben und noch gelaufen, aus Industriebetrieb. Darum finde ich es sehr schön, dass ich hier in heutiger Zeit in diesem geschichtsträchtigen Haus drin geblieben habe und es ist ein supertoller Umbau machen. Ich bin der Phil Trachsu, zusammen mit meinem Team, Petra Loosli, Reda Borki, begrüssen euch ganz herzlich in unserer wunderschönen Entlassung in Steffisburg. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.